Hallo YouTube und hier ist wieder euer Sunner und willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige Legenden. Ja, und wir sind hier gerade dabei, die kleine Insel wieder zu bevölkern, der das beim letzten Mal also super funktioniert hat. So, ihr baut mal... Hier hinten kann ich ja meine Garnison hinbauen oder so. Ich bauch halt hier wirklich fett Truppen oder so, sonst kann ich das ja einfach... Die können überhaupt erstmal wieder hier hin. Alle einfach wieder hier hin, ich muss noch mal ein paar mehr machen. Hier ist auch erstmal alles wieder okay, also könnt ihr auch mal hin und ich mache noch mal ein paar mehr. Na, was ist denn? Eins, zwei hiervon und eins, zwei davon erstmal. So, eine Kaserne zum Nachrekrutieren. Ballistatürme hier. Ach, ich will halt wirklich hier noch dazwischen einquetschen. Mit dem mit Holzsacken. Dass der von hier runterschießen kann. Irgendwie den... Na, verdammt. Na, okay. Ihr macht das schon. Ich weiß halt nicht wirklich, wo ich die jetzt als erstes hinschicken soll. Huch, aber die sind nicht mehr drunter gelaufen. So, dann machen wir die hier. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich baue halt Schwefel, ne? Von Reitern halte ich nicht viel, das ist halt das Problem. Die sind halt viel zu teuer. Die sind jetzt nicht schwach oder so, aber halt viel zu teuer für ihren Nutzen. Und halt schnell, das ist der einzige Vorteil von denen. Sonst bringen die halt nix. Ach, verdammt. Na, hier möchte ich nicht hinbauen, weil irgendwie... Ich weiß nicht, ob das passt. Die auch hier. Ah, es muss schon wirklich treffen. Ich glaube, für den Winter hole ich mal meine Armee hier rüber. Das gefällt mir nicht, dass... Ich muss auch noch einen Turm. Soll ich den mal ausbauen? Auf den wurde geschossen. Das kostet ja nur Holz und Stein. Von beiden einfach richtig viel. Also hier kann ich... Ich kann auch noch Schwertkämpfer ausbilden. Also hier kann ich zumindest nachrekrutieren. Also ich muss jedes Mal hinten hinlaufen. Das ist eigentlich das Wichtige. So, könnte ich schon Turm hier hinbauen? Ah, sie könnten... Können ein bisschen weiter noch da hinbauen, wenn die gleich fertig sind hiermit. Ja? Ah, hier hin ist okay. Ja, müssen wir nämlich gleich alle machen. Ah, das passt. Ich brauche eigentlich... Ich weiß nicht, Holz brauche ich eigentlich nicht. Ich... Ich habe das nur weggehackt, damit ich Platz habe für den Turm. Also wenn der Winter kommt, dann sind wir hier aber fucking bewaffnet bis an die Zähne, ne? Ich habe genau, was du wolltest. Ja, jetzt kommt ein Turm hin. Dann passt das aber auch. Dann muss das aber auch passen. Möchte ich mal sehen, wie sie hier nochmal reinrennen. Ja, ich glaube, ich hole die am... Und ich die jetzt schon rüber... Aber auf jeden Fall ein Teil. Irgendwie so, warte mal... Drake und... Und Yuki. Yuki und Drake. Also so Buddies. Ähm... Können wir... Ah, ich möchte nicht so viele Schwertkampf... Ich möchte halt... Warte mal... Warte mal, WTF, Mann. Ich möchte eigentlich mehr Bogenschützen haben. Oder warte mal, wie? Ich glaube ich... Yuki, Drake... Äh... Ich möchte eigentlich... Ein paar Bogenschützen hier haben. Ah, habe ich hier noch welche, die nicht nachrekrutiert sind? WTF? Ja, gut, dann... Ah, okay. Den Bogenschützen. Ah, okay. Ich würde zusammen ein paar Schwertkämpfe haben. So, und... Achso, Yuki habe ich nicht. Okay, die können mal rüber. Wir erledigen das. Dann die Barbaren zerschießen, wenn sie kommen. Ich meine, ich habe vier Türme hier. Das dürfte eigentlich reichen. Ich weiß nicht, ob die hier hochschießen. Vier Türme müsste ich mich doch verteidigen können. Wir können hier hinten noch mehr Türme hinbauen. Wo sind denn hier noch Leibeigner? Oh Gott, die muss man halt suchen. Aber wenn ich jetzt oben draufklicke, dann findet ihr nur die auf der Insel. Ich habe ja noch ein Lager und so eine Scheiße, Mensch. Wo sind denn meine Leibeignen hin? Kann ja nicht weg sein. Erst mal ausbauen hier. Das hier habe ich schon ausgebaut. Das könnte ich auch nochmal ausbauen. Ja, nee, wo sind meine Leibeignen? Habe ich jetzt gar keine mehr auf der Hauptinsel? What the fuck? Hier stehen 11 von 16. Wir können nochmal wieder zurück. Ich glaube, jetzt erst mal sind wir gut verteidigt. Ich brauche nicht alle hier drüben. Hier sind auch nochmal... What the fuck? Ich habe ja richtig viele hier drüben. Ich habe ja gerne mal meine Vierertrupps in Leibeignen. Am meisten Gebäude brauchen halt immer vier Leibeignen. Aber ich würde sagen, bis auf Türme darf die auch... Ne, die Dekorationen brauchen keine vier. Wer baut schon Dekorationen? Die brauchen meist nur einen. So, Yuki und Drake. Mit Yuki kann man sie wenigstens auch mal wegjagen, falls sie doch einem zu viel werden. Ich weiß ja nicht, wo sind wir dann zu viel werden. Hier oder... Aber sind denn die... Hier sind Bogenschütze... Die beiden können nochmal zurück. Das riecht mich so hart auf, dass das hier ganz hinten ist. Wir müssen hier halt ganz weit nach hinten laufen. Auch mit der Garnison. Richtig schlimm eigentlich. So, alle... Nein. Vielleicht nicht. Ist es noch mehr Schwefel? Ist es das einzige Schwefel, was wir kriegen? Naja. Ich merke übrigens gerade. Können die auch eigentlich andersrum, ne? Aber das ist der schnellere Weg. Und hier sind direkt Gebäude. Ich merke gerade. Hier ist ein wenig... Man kann ja keine Mauern bauen, ne? Guck mal, im Map-Battle-Kanns-Disse natürlich sitzen. Aber den habe ich natürlich nicht. Hm. Na gut, die werden noch von hier... Jetzt sag ich gerade. Man kann ja auch hier hochlaufen, ne? Hm. Das ist schlecht eigentlich, oder? Irgendwie ist ein Turm noch hierhin? Komm, ich baue noch... Ich baue noch einen Turm da hin. Und vielleicht noch... Äh, oder zwei Türme. Die kosten noch Holz und Stein. Das ist halt... Da habe ich einfach mega viel von... Von beiden. Komm, dann kommt da einer hierhin hin. Und dann, selbst wenn die von da kommen, dann laufe ich halt drüber. Und dann habe ich da immer noch zwei Türme. Easy. Das ist halt ganz eins, weil man noch hier runter schießen kann. Das sind Verteidigungen sind schon recht geil gebaut. Aber ich dachte, die rennen halt nicht direkt da drauf. Ich kann schon eine Ganon-Gießerei bauen. Ja, ich fahre halt einen Wetterturm, ne? Das ist überhaupt mein Auftrag. Na, okay. Gehen rein, einfach rein, rein. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Das sehe ich noch nicht. Die haben halt auch viele Türme, ne? Und schon hier vier Kanon-Türme. Ja. Ja, ich weiß es nicht im Grund. Das Problem ist halt, wenn ich verkacke, dann kommen die dann irgendwann... auch angerammt und dann bin ich Toast. Nein. So, ihr könnt mal Holz hacken oder so. Ich hab mal zu facken viel Holz, aber ne, okay. Kann ich eigentlich mit Schwefel handeln? Wie kann ich? Kann ich die ausbauen oder dann? Ah, okay. Muss ich hier nochmal... Das bringt wie viele Arbeiter? Fünf? Na, ich baue erstmal aus. Mal gucken. Das kann sein, dass es euch einfach ungelohnt, wenn ich ein kleines Wohnhaus da hinsetze. Noch eins. Falls Platz da noch ist. Ja doch, guck hier. Easy. Uch, wem fehlt denn eigentlich? Oh, fuck. Sorry. Oh, fuck. Okay, es geht los. Es geht los, Boys. Ähm. Na, verdammt. Ich mach nochmal Truppen. Na, hier stehen ja auch noch welche rum. Mensch. Das werden nicht weniger. Soll ich noch mehr Tümpel? Naja, ich geh jetzt sowieso nochmal Arbeiter. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler... Mir fehlt denn hier noch was. Der Händler ist richtig, weil mir fehlt denn... Ich bin schon mal, schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Einige Siedler haben keinen Platz mehr. Also, passt hier noch was hin? Das ist ja das Problem. Mir passt halt nichts mehr hin. Wir würden da hochlaufen, oder? Wer hat er da hin? Dann kriegt er erstmal einen Ausbau. Ich hab getan, was du wolltest. Die rennen halt direkt da drauf, ne? Komm, gib ihm. Ja, jetzt da rüber rennen, ist halt kacke. Ich muss mich halt hier richtig verteilen. Oder warte mal, ich kann nicht hier nochmal. Zack, zack. Okay, auch mal welche machen. Okay, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ah, die schießen gleich von da auf die Türme. Warte mal, kann ich noch meine Bogenschützen haben? Okay, die schießen... Okay, ja, okay, dann verliere ich halt die äußeren Türme. Ist erstmal egal. Drake, schieß mal eine... Ah, verdammt, Mann. Okay, ja, okay, die äußeren Türme verliere ich, weil die direkt von draußen drauf schießen können. Euer Wunsch ist mir befehlen. Bis in den Tod. Habt ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Yuki! Wirf! Holy shit, Mann. Okay, macht sie weg. Ja, ist halt auch schon fast hin. Ach Mensch, die stehen da ja und machen das fertig. Okay, Leute, läuft da weg. Läuft da weg, läuft da weg. Wir haben noch andere Türme. Jetzt drauf da. Zack. Ja, das große Problem ist halt auch so die Kanonen, ne? Wir kümmern uns darum. Ja, Nachschub. Oh, fuck. Okay, nee, das macht sie bitte nicht. Das reicht jetzt aber, ne? Okay, ich hole jetzt doch meine ganze Armee hier rüber, weil die wirklich mit allem da drauf laufen, ne? Macht sie nieder. Ah. Ist einfach kein Sinn. Okay, Leute. Okay. Okay, Leute. Lockt sie, lockt sie, lockt sie, lockt sie. Ich muss halt meine Armee rüberholen, ne? Okay, jetzt schießen sie halt auf die Türme. Ich hole die halt jetzt schon mal rüber, ne? Hat halt keinen Sinn. Oh, Leute, ihr werdet flankiert, habe ich erfahren. Ich kann ja zeigen, was ihr da macht. Flankiert sie. Oh, okay. Wäre nicht das erste Mal. Yuki ist halt, Yuki ist halt der Dario von Legenden, ne? Also er hat auch fast, ihr fehlt noch der fucking Adler. Oh, okay. Dann gib irgendwer anders. Gib, gib dem da. Okay, Leute. Nicht hinterher rennen. Nicht hinterher rennen. Das ist, ähm, das, was sie... Einfach... Okay. Ehe, Leute. Ich bin da, ne? Jetzt bin ich noch weiter weg von da ganz hinten, ne? Die greifen halt auch von zwei Freunden an. Das ist richtig scheiße. Könntet ihr da bitte mal drausschießen? Ach so. Oh, fuck. Nein, der Leib eigene nicht. Okay. Na, das war doch bisher ganz easy. Oh, Yuki lebt auch wieder. Okay, die haben ganz schön reingeschnitten hier, ne? Ah! Ja, das habe ich nämlich... Äh, das meinte ich nämlich. Jetzt habe ich hier hinten keine Verteidigung mehr. Ich hoffe, die sind jetzt nicht so griffig wie beim letzten Mal hier am Ende. Ah. Kann das hier noch ein Trupp... Ich mach hier jetzt noch mal ein Trupp hier, um die einfach wegzuscheuchen. So. Euer Dorf wird angegriffen. Ja, das bisschen da. Das ist mir egal. So. Ähm. Nehmen wir... Ah, die... Ah, die kann ich nicht nachkrutieren, weil ich dafür keinen Schieß... Äh, ich kann einen Schießplatz haben. Ah, fehlt der sonst? Oh, okay. Denen fehlen. Okay, die Bogenschützen, die kommen mal irgendwo. Weiß ich nicht. Nach hinten. Bogenschützen eigentlich sowieso stehen sollten. Aber naja. Ach, für mich steht ja noch einer. Mensch, da könnte es auch noch mal kommen. Sonst noch wer? Na dann. Hm. Also warte mal. Der Schwertkämpfer-Tropp, der kann ja einfach sich... Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Brauchen wir kein Geld mehr. What the fuck? Ich brauche mal Geld. Shit, wir haben kein Geld mehr. Was ist da passiert? Ja, 3.000. Ah, der Rechnungskurs zu Holz ist gut. Wir brauchen kein Holz mehr. Nicht so wirklich. Wir brauchen ja gleich 4.000. Für 3.000 Holz zahle ich mal. Ja, easy. Wir brauchen kein Holz. Auf jeden Fall nicht so viel. Holz weiß ich nicht. Brauche ich einfach nicht mehr. Jetzt haben wir so erstmal wieder ein bisschen Geld. Dann haben wir gesagt, die beiden weiß ich nicht. Was die machen. Äh, hier fehlt noch... Ah, die Händler. Okay, den Händler fehlt ein Wohnhaus. Gib ihm ein Wohnhaus. Na, ein paar Händler sind da drin, ne? Gut, der Handel dauert jetzt aber so eine Weile. Hm. Hier auch sind Steuern machen. Wieso nicht? Er sagt, ich will halt den Betaturm, ne? Ja, da brauchen wir auch Alchemistenhütte für, ne? Ja, für den müsste ich auch bauen. Können wir schon, ne? Alchemistenhütte. Holz sind Stein. Was für wir brauchen? Ja, gut. Immer noch... Achso, der Bauer, ja. Bauern sind halt wirklich generell eigentlich useless. Ich kann es mir frei. Also ist mir das recht egal. Tut mir leid, ne? Aber er bringt mir halt nix. So. Ausbau fertig. Zack. Jetzt brauche ich ja auch nochmal ein Haus, glaube ich. Jeweils ein Bauernhof. Ausbau vollbehaft. Und noch ein Haus. So. Die Hütte der Alchemisten. Wir haben noch keine, ne? Das wäre jetzt peinlich. Ich glaube nicht. Wofür sollten wir noch eine haben? Weil ich das ja auch noch... Ah, naja, die Trupps hier hinten. Genau. Die haben keinen Bock mehr, habe ich so das Gefühl. Hm. Das ist in der Tat schlecht. Das ist schlecht. Das ist der Gedankengang kommt. Ja. Kein Problem. Wem solltest du sonst deine Steuern zahlen? Das war denn. Warum überhaupt, ne? Darum ging's. Naja, damit ich hier ein Wohnhaus bauen kann. Ist doch klar. So, Alchemisten. Die Alchemisten, die können eigentlich aus wie so ein Laboratorium. Habe ich dafür genug Plätze? Bestimmt. Vier und dann... Ah, easy. Komm, wir brauchen ein Laboratorium. Oh, okay. Die Armada rückt wieder aus. Das ist noch weniger diesmal. Weiters weniger, ja. Oh, verdammt. Der Leib eigener. Auf mein Leben. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reichen. Ja, das stimmt. Ach so, der eine schon wieder. Ja. Er sagt sie dann jedes Mal auf neuer. Neuer. Und sich da irgendwas geändert hat. Natürlich. So. Wie gesagt, die Armada rückt wieder aus. Ihr könnt euch da nochmal hinstellen. Wie ihr befehlt. So. So, Laboratorium. Thaler und Schwefel. Oh, Thaler. Na, Thaler kriegen wir ja bald wieder. Also, ist egal. Ist egal. So. Der Mob setzt sich in Bewegung. Ich brauche halt... Ich brauche den Wetterturm. Ich will den fucking Wetterturm. Ich will selbst die Kontrolle darüber haben. Oder das Wetter. Alter, das ist easy game. Na, ist wirklich easy game. Na. So, warte mal. Pilgrim. Pilgrim, Pilgrim. Nein, ich brauche ich rein. Okay, rein. Oder hat Pilgrim jetzt nicht die Kanone gesetzt? Ach Gott, der mit. Pilgrim setzt sie jetzt irgendwo dahin. Ich brauche mit der Kanone jetzt. Was? Alter. Okay, Pilgrim wird auch ganz schön... Holy shit, man. Holy shit. Holy shit. Die Fokus sind vor meinen Helden. Pilgrim ist auch gleich weg. Holy shit, Pilgrim ist weg. Ah, nee, warte mal. Den hoch. Jetzt geht's. Ich muss halt nur Drake aus. Das ist richtig scheiße. Ich muss halt nur Drake davor ausfählen. Okay. Okay, einfach mal drauf auf die Kanonen dahinten. Ich hasse Kanonen, ne? Guck mal, wie viel... Das sind irgendwie keine Anti-Personen-Kanonen, oder soll ich das Gefühl? Das sind so Anti-Gebäude-Kanonen. Wenn ich jetzt schwere. Nein, alle, alle. Oh mein Gott. Auf in den Kampf. Leute. Nicht das System verlieren. Nicht das System verlieren. Das ist ganz schlecht. Oh, ich hasse Kanonen. Oh, what the fuck? Wie viele Kanonen, man. Okay, jetzt... Oh mein Gott. Warum machen die das? Ich klicke irgendwo hin. Oh, diese Kanonen, ne? Diese Kanonen. Alle meine Fernkämpfer. Auf die Kanonen. Die machen alles weg, man. Diese scheiß Kanonen, ne? Ich hasse diese Kanonen. Nein, auf die Kanonen. Auf die Kanonen. Die sind so blöd, ne? Hey, Helios? War nicht Helios? War nicht Helios nicht sowieso schon an Helios? Ah, ihr müsst diese scheiß Kanonen alle wegmachen. Spaß, diese scheiß Kanonen. Auf die Kanonen jetzt. Handel, bestellen... Ah, immerhin haben wir Geld. Oh, haben die reingehauen. What the fuck, man. Wir bauten unser Geld jetzt auch, ne? Oh, holy shit. Die haben wirklich reingehauen. Oh, das ist auch mal... Fuck, ja. Ich habe nicht wieder Zeit. Es wird wieder werden. Oh, ist denn noch welche da? Ah, einer ist noch da. Kannst nicht mehr. So. Oh, fuck, man. Die haben reingehauen. Oh, die Paläste-Term ist auch schon fast hin. Ähm. Ja, denen geht's gut. Ja, muss es. Aber welchen habe ich genommen? Den hier oder den hier? Wahrscheinlich den anderen. So. Ah, nein, nicht du. Aber, was? Okay, der muss nachgekrutiert werden. Der, der, der. Eigentlich so gut wie alle. Holy shit, die haben reingehauen. Die haben richtig reingehauen. Eigentlich kann ich wirklich alle nachrekrutieren hier. Ja, wohnen. Ihr könnt noch mal mit rüber. So, die Schütz... Oh, voll, der hier kann auch noch mal... Okay, die beiden können zurück. Ganz lustig. Ich habe jetzt Zeit. Holy shit. So, warte mal. Meteorolo... Meteorologie. Da kommt nämlich ein Wetterturm hin und dann habe ich das Problem nicht mehr. Ja, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich beende erstmal die Folge. Naja, würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihn wieder an deinem hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei den Siedler, das Erbe der Könige. Bis dahin, Ayasana. Bis dahin, Ayasana.